Borussia Mönchengladbach hat mit Tomasz Javanchara und Franck Honorat innerhalb kürzester Zeit zwei Transfers über die Bühne gebracht und damit gleichzeitig auch zwei wichtige Kaderlücken geschlossen. Und ich dachte mir, dass es deswegen mal Zeit wird, die Stärken der beiden Neuzugänge mal ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Angefangen mit Franck Honorat, den vermeintlichen Nachfolger für Jonas Hofmann. Honorat ist 26 Jahre alt, befindet sich dementsprechend im besten Fußballeralter und kann auf beiden Flügelpositionen in der Offensive eingesetzt werden. Wobei er hauptsächlich auf der rechten Seite zum Zug kommt. Und in 134 Spielen in der ersten französischen Liga brachte er es auf 25 Tore und 19 Vorlagen. Was eine ganz ordentliche Quote dafür ist, dass er nie für ein Top-Team in der Liga gespielt hat. Durch sein hohes Tempo kann er vor allem in Kontersituationen eine echte Waffe sein. Darüber hinaus besitzt Honorat ausgezeichnete Dribbelfähigkeiten und eine beeindruckende Ballkontrolle. Er zeigt sehr oft eine enge Ballführung, welche es ihm möglich macht, sich Räume zu verschaffen, um seinen Gegenspielern zu entkommen. Seine Fähigkeit, den Ball enger am Fuß zu halten, ermöglicht es ihm außerdem auch in engen Situationen den Ball zu behaupten und schnelle Richtungswechsel durchzuführen. Honorat ist auch bekannt für seine Fähigkeit, präzise Flanken zu schlagen und sehr gute Vorlagen zu geben. Er hat ein richtig gutes Auge für seine Mitspieler und kann gefährliche Bälle in den 16er bringen. Seine Übersicht ist wirklich beeindruckend. Des Weiteren verfügt er auch selbst über eine gute Schusstechnik, mit welcher er auch in der Lage ist, aus der Distanz für Gefahr zu sorgen. Und ansonsten kann man sagen, dass Honorat zu der Kategorie Spieler gehört, welche sich durch Laufbereitschaft und ihren Einsatz auszeichnen. Er ist sich definitiv nicht zu schade, auch mal in der Defensive auszuhelfen, um seine Mitspieler zu unterstützen. Ja klar, wir sprechen hier jetzt gerade von den Grundtugenden, aber die beherrscht ja leider auch nicht mehr jeder. Honorat allerdings schon. Und ja, alles in allem sprechen wir, denke ich, von einem Spieler, auf den sich die Gladbach-Fans richtig freuen dürfen. Er bringt technisch einiges mit, ist körperlich auf einem hohen Niveau, er ist torgefährlich und jemand, der für die Mannschaft kämpft. Sollte er in der Bundesliga funktionieren, dann bin ich mir sehr sicher, dass er ein würdiger Nachfolger für Jonas Hofmann werden kann. Und jetzt kommen wir natürlich auch zu Tomasz Javancsara, der dann im Idealfall das ein oder andere Mal von Honorat bedient werden soll. Tomasz Javancsara ist Stand jetzt der Königstransfer der Borussia in diesem Sommer. Zumindest wenn es um die Ablöse geht, denn tatsächlich hat man für die Dienste des 22-jährigen tschechischen Nationalspielers ganze 10,5 Millionen Euro ausgegeben. Ob er das auch am Ende wert sein wird, muss sich natürlich zeigen. In jedem Fall hat er sich die Chance, sich zu beweisen, natürlich verdient. In der abgelaufenen Saison bringt er es in 30 Pflichtspielen für Sparta Prag auf 15 Tore und 5 Vorlagen, was eine, wie ich finde, ganz ordentliche Quote darstellt. Aber ja, die tschechische Liga darf man natürlich nicht mit der Bundesliga vergleichen. Nichtsdestotrotz weiß er grundsätzlich, wo das Leder hingehört. Javancsara erfüllt das körperliche Profil eines klassischen Mittelstürmers. Er bringt eine Körpergröße von 1,90 Meter mit und weiß es, diesen Körper auch einzusetzen. Und trotzdem bringt er einen für seine Statur mehr als ordentliches Tempo und eine gute Wendigkeit mit. Was ihn auch auszeichnet ist, dass er in der Lage ist, am Spiel teilzunehmen. Er hat eine gute Ball-An- und Mitnahme, kann diesen aber auch direkt weiterleiten. Klar ist aber auch, dass er sich trotzdem, und ich denke, das ist den meisten klar, natürlich verbessern muss, wenn er in der Bundesliga Fuß fassen will. Denn da gibt es natürlich auch viele Situationen, wo ihm ein Bundesliga-Verteidiger den Schneid abkaufen würde. Aber in der Hinsicht lernt er eben auch nur dazu, wenn er den nächsten Schritt geht, was er jetzt ja mit seinem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach tut. Bemerkenswert wäre an der Stelle vielleicht auch noch, dass er für einen Stürmer recht viele Karten kassiert. Denn in der letzten Saison waren es neun gelbe und eine rote. Da wird er sich natürlich auch zusammenreißen müssen. Nichtsdestotrotz bewerte ich eine gewisse Grundaggressivität auch gerne mal positiv, insofern er da nicht über die Stränge schlägt. Festhalten würde ich hier im Großen und Ganzen, dass Javancara grundsätzlich das Potenzial mitbringt, ein richtig guter Bundesliga-Stürmer zu werden. Vorausgesetzt es gelingt ihm jetzt auch der Sprung in eine Top-Liga. Das kann man jetzt natürlich noch nicht voraussagen, wie es laufen wird. Aber ich denke, wenn Virkos hier finanziell mit einer solch hohen Summe ins Risiko geht, dann wird er sich dabei schon was denken. Man darf jetzt halt nur nicht den Fehler machen und erwarten, dass er von Tag 1 an direkt voll einschlägt und alles kann. Ich kann mir da schon vorstellen, dass es ein paar Spieltage dauert, bis er voll angekommen ist. Aber wer weiß, vielleicht schlägt er auch sofort ein. Ich bin da in jedem Fall mal richtig gespannt. Sein grundsätzliches Spielerprofil finde ich jedenfalls interessant. So, jetzt wollen wir natürlich aber auch nochmal einen kleinen Blick auf eine potenzielle Startaufstellung mit Tomasz Javancara und Franck Onorat schauen. Dabei bin ich aus Gladbacher Sicht einfach mal optimistisch und sage, dass Nico Elwedi und Florian Neuhaus ihre Verträge verlängern werden. Und wenn ich mir das dann so anschaue, dann sehe ich Gladbach auf vielen Positionen richtig gut besetzt. In der Innenverteidigung hätte man mit Elwedi und Itakura ein richtig gutes Duo. Ja, ich weiß, Elwedi hatte in der abgelaufenen Saison auch seine Schwächephasen, aber ganz ehrlich, er ist kein schlechter Kicker. Skelly auf der rechten Seite, um den muss man, denke ich, sich auch keine Sorgen machen, genauso wenig wie bei Omlin im Tor. Wo ich die Vollen aktuell allerdings nicht ganz so stark sehen würde, wäre die linke Abwehrseite. Da wird man natürlich darauf setzen müssen, dass Luka Netz den nächsten Schritt geht oder dass es eben Kiarodia oder Ulrich tun. Zumindest hat man da mal drei Spieler mit viel Potenzial. Aber da mangelt es halt definitiv an Erfahrung. Ich weiß aber nicht, ob man da jetzt unbedingt nachlegen muss. Im Mittelfeld auf der potenziellen Doppelsechs sehe ich Gladbach mit Florian Neuhaus und Julian Weigel auch alles andere als schlecht bestückt. Wenn Neuhaus wieder an seine gewohnten Stärken anknüpfen kann, dann wird er ohne Zweifel eine enorm wichtige Rolle spielen. Julian Weigel sehe ich übrigens auch als potenziellen Kapitän. Klar, Christoph Kramer ist auch ein Kandidat, bzw. er hat ja die Gladbacher auch oft als Kapitän aufs Feld geführt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er Stammspieler sein wird. Von daher wird man hier womöglich auf jemanden ausweichen müssen, der vielleicht noch nicht so lange im Verein ist. Auch Jonas Omlin gilt da ja als potenzieller Kandidat. An der Stelle könnt ihr mir aber natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wer euer Favorit auf die Binde bei Borussia Mönchengladbach ist. So, wo ich Gladbach dann aber ganz gut aufgestellt sehe, ist die Offensive. Robin Huck und Honorat bringen richtig Tempo mit rein. Ein Aspekt, welchen die Borussia in den letzten Jahren in meinen Augen vermissen lassen hat. Player wäre hier in dem Fall für mich der optimale Mann auf der 10, bzw. als hängende Spitze hinter Javanchara, welcher dann derjenige sein soll, der von den starken Vorlagen von Honorat und Player profitieren soll. Bzw. wenn er seine Rolle schnell gut ausfüllen kann, auch dafür sorgt, dass er eben seinen Mitspielern Räume schafft. Die große Frage ist halt, wie es mit Manu Kone weitergehen wird. Stand jetzt rechne ich damit, dass er den Verein noch verlassen wird. Und wenn das passiert, dann wird sich hier natürlich noch einiges ändern. Möglicherweise kommt da noch ein Fabian Rieder dazu, sodass es dann auch sein kann, dass Player das ein oder andere Mal auf der 9 spielt. An für sich würde ich bei dem Personal dann aber sagen, dass die Borussia zumindest mal eine konkurrenzfähige Mannschaft aufstellen kann, die das Potenzial mitbringt, vielleicht sogar richtig positiv zu überraschen. Oder was sagt ihr dazu? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr zur bisherigen Transferphase von Gladbach steht. Und gerne auch, wer im Idealfall noch kommen soll. Und ja, ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann vergesst natürlich nicht den Kanal zu abonnieren. Und in dem Sinne Freunde, ihr wisst Bescheid, macht's wie immer besser und bleibt am Ball.